Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Emmerbach. Ja, Kartoffeln sind raus. Oh, ich hab Handpunsen noch drinnen, ne? Wir wollen die mal einsammeln. Oh, hier seht ihr, der ganze Klee- Klee- Desaster. So, Möbel-Wägelchen, das hat eine ganze Menge gegeben. Wir kommen mal eben hier drüber voran. Ja, guckt euch das an. Kann ich alle noch einsammeln? Das leckt mich fett. Das hat echt jede Menge gegeben. Also bestimmt 30 Ballen, wenn nicht noch mehr. Also das... Schickifany, ich glaub, das war nur einmal gedüngt. Ist Bescheid, ne? Da können wir uns noch auf was gefasst machen. Hier unser Ackergrasser, ey, sieht auch schon schickifany aus, ne? Das machen wir, glaub ich, Pferdesillage raus. Falls man die überhaupt verklappern kann. Ich weiß ja, genau nicht. Müß ich mal nachgucken. Aber dann brauchen wir noch einen Ben dafür. Wir sind viel Städten geworden, hier, ne? Aber am besten andersrum. Ich hab den Grober ja noch hier stehen lassen. Weil ich ja im Moment ein bisschen faul bin, die Schlepper alle zu wechseln andauern. Hinter dem Deutz hinter dem Großen hatte ich schon die Sähmaschine hintergemacht. Hinter dem Lindner ist ja noch das Gewicht, weil wir immer noch Ballen fahren müssen. Wir müssen die BDA auf wiederfüttern. Im Moment ein bisschen faul. Da wird jetzt noch was drin. Das ist doch gar nicht. Naja, wir kennen's nicht, ne? Faulheit lässt grüßen. Oder Bequemlichkeit, eins von beiden. Kann man sehen, wie man will, ne? Noch ein Stück, fahr mal noch. 4 Meter, danke. Na, jetzt geht das Spielchen los. Mal gucken, ey. Die anderen Bahn da, die müssen wir so komisch einsammeln, ne? Zwei Bahnen müssen wir komisch einsammeln. Mach mal an die Rummelbude. Oh, oh. Mag er den nicht? Schauen wir mal lieber einen Gang runter, oder? Hat auch nicht so gerne, ne? Unser Deutz. Seh auch so viel, ne? Nichts sehe ich. Tüfte. Naja. So klappen. Wenn wir nicht werden, das ist ja, ne? Ja, ne? Oh, den muss ich gott schon quälen, ne? Ich hatte ein Bild gemacht, ne? Ja. So ist dat. Mit den Kartoffelkäs. Aber kann's sein, dass man bei dem Gerät, was ich letzte Folge hinter hat, gar nicht mehr Kraut schlagen muss. Dass wir den einen Arbeitsgang gut sparen können. Ihr seid doch damals so viel, viel draußen, wisst ihr dat? Ich hab das Gefühl, ich hab mir einen Arbeitsgang sparen können. Oh, ich hab mir alles mitgekriegt. Dürfte. Nee. Oh, cool. Seid, da muss... Oh, ich hab den falschen Gang drinnen. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis, ne? Dann soll der hier falsch aufkommen hauen. Das ist doch total genial, ne? Okay, jetzt passt das doch. Oh, du musst ja ganz dran fahren, oder was? Naja. Kloppt schon. Auf, Tor. Es lübt. Oh, jetzt ein Rügen-Dings mieten, ey. Da haben wir keine Kohlenzüge. Was ist das Problem? Irgendwie müssen wir auch mal den Acker runter abgeerntet kriegen, ne? Aber wie wir dat machen, weiß ich auch noch nicht. Der Kartoffelkiss liegen lassen, ey. Kriegen wir voll. Ja, wir fahren wieder in den Rügen. Das nix. Das nix. Hallo? Da gerade schon. Ey, hier muss ich richtig queren mit dem Ding. Das ist nicht vorhanden zu weisen. Das ist nicht vorhanden zu weisen. Und deuten angenehmer zu fahren, ne? Das ist die neue Klimaanlage. Die neue, alte Klimaanlage. Ja, das läuft aber. Dann machen wir jetzt halt Ausformer drehen. Ist doch kein Problem. Das ist nicht vorhanden zu weisen. Das ist nicht vorhanden zu weisen. Dann kriegen wir die andere Bahn noch locker mit. Wir müssen aber im Hof gleich jetzt noch Kartoffelkiss umfüllen, ne? Oh, da habe ich auch wieder was liegen lassen. Ich glaube, wir müssen hier gleich mal eben mit der Schippe in Form. Kann man die mit der Schippe aufsuchen? da wo wir die immer liegen lassen haben, trotzdem alle auf dem Acker liegen lassen, das ist ja verrückter kommen wir noch bis unten? ich hoffe die Profis schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, der fährt in den Rüben, ja, ich fahre in den Rüben, weiß kaum, hab das gesehen? sonst muss ich hier die nächste Kartoffel mit der Schuppe raus machen, damit ich hier fahren kann auf diesen Acker, ich hab den nicht mit Kartoffeln gelegt so schlau bin ich auch, dass ich hier keine Kartoffeln legen brauche nee, jetzt kommen wir nicht bis unten oder was uncool naja, der quält sich auch Temperatur ist nur im Normalbereich, oder? naja, alles im grünen Bereich läuft die letzten drei Kilo, die kriegen wir da aber auch noch rein passt können wir gleich schon wieder ach nee, 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 wir können ja die da noch mitnehmen, die Haufen, die da liegen, ne? ich hab schon gedacht, wir hätten jetzt noch eine sinnlose Fahrt, aber haben wir gar nicht korrekt schickt die vor allem freut mich ich hab da extra Watte reingelegt, ne? mich, dass die da sich so Druckstellen holen boah, ich erzähl schon wieder Blödsinn, ne? viel zu früh rumgefahren ich würd gern hier die Haufen noch mitnehmen ich hab aber auch keine Wisch davon, ne? ohne Worte, oder? eigentlich kann man doch gleich eben noch mitzirkeln, oder? ja, machen wir auch ne, wir können hier den Haufen da mitnehmen, da die bohren sonst haben wir zu viel mehr vor Ort kann man machen, muss man aber nicht machen, ne? oh nee, schon wieder in den Zahn boah, ich fahr wie nen jungen Gott, ne? ich kann alles mitnehmen direkt schlimm heute schlimm heute oder hinten nehmen zwei Bändchen mitnehmen und dann haben wir es auch bald geschafft hier ich glaub nicht, dass wir das so schnell fertig kriegen aber wir haben die Kartoffeln schon mal aus dem Boden das ist ja schon mal ne Menge wert, ne? wenn der Wagen voll ist, müssen wir eh erst behaupten das ist ein bisschen lästig so Leute, ich sag aber erstmal danke fürs zugucken bisher, ne? wenn's euch gefallen hat, ich würd mich echt über ein Däumchen freuen, nun ganz ehrlich wenn's euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos Kanal und ihr wollt nix mehr verpassen, dann würd ich mich echt über ein Abo freuen und dann würd ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss